Wir haben heute Killing Floor 2 gespielt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst doch gerne einen Like da. Viel Spaß! Der, dieser in mir. Mit was schießt ich denn? Wieso schießt der nicht mit Links-Klick? Ach, ich hab da irgendwas ganz komisches. Ist die jetzt nur Salve? Willst du mich wachsen? Es gibt auch Snowmo, wenn so bestimmte Ereignisse passieren. Das war nicht gut, wenn sehr viele Zombies kommen werden. Boah, ich hab fünfmal drüber geschossen. Ich bin krass. Benne, du musst einkaufen. Ich hab keine Ahnung, was ich kaufen muss, Mann. Ich hab eh kein Geld, als ich es kippt. Das wirst du mal ein bisschen überprüft. Digga, ich... Ah, hier. Okay, perfekt. Und der Foschinato gewinnt Runde 1. Der Foschinato? Oh, die Spinnen sind jetzt auch da. Fickt euch doch. Hey, wer macht hier was Krasses? Der Rest ist bei Benne, der Letzte. Hä, was? Oh. Da unten ist er so ein Boot. Ja, ich dachte, ich hatte alle, weil es mir keiner mehr auf mich zugelaufen. Ich hab keine Ahnung, der ist, glaub ich, Dorstag. Was kaufe ich mir denn da überhaupt? Ich kauf? Ach, ich kann mir eine Revolver verkaufen, was Cooleres kaufen, oder wie? Du kannst... Du hast... Guck mal, äh... In der Mitte da oben siehst du, wie viel Kilo du mitnehmen kannst. Aha. Du kannst auch mehrere Waffen mitnehmen, solange das mit dem Kilo reicht. Digga, ich brauch 10... Ey, ich spiel den nicht mehr, Digga. 10 Jahre zum Nachladen, dieser Useless. Ach, der ist unsichtbar. Ja, es gibt... Es gibt sehr viele Faschiner. Ja, man, ich suche einen Null. Also, die... Digga, der ist... Da kann ich pingeln. Ey, der hat eine Flamme. Aua, ich brenne. Spreng den! Das wäre rotes in Alex. Ey, hier ist jetzt der Dicke. Okay. Okay, warte mal. Ich verkaufe die jetzt und hole mir... Die AF... Ach, leck mich, Digga. Weiß ich auch nicht. Oh, wait, ich hab... Oh, ich bin so fucking dumm, ne? Ich habe jetzt zwei Sekundärwaffen. Wie wechsle ich denn zwischen denen? 1-1. Ach, nee, jetzt habe ich zwei Sekundärwaffen. Das wollte ich gar nicht. Und ich habe auch kein Geld mehr, weil es voll teuer war. Sorgt für die Sicherheit. Oh, ich hab die Dull über das. Ah, lass die Zone verteidigen, Jungs. Ist echt schön hier. Kann man gut verteidigen. Ja, manche liegen auf dem Boden. Die wollen aber hier durch. Oh, die kommen von oben. Ja, überlebt der Mann. Benne, hast du am Griff, ne? Dein Revier. Mh, mehr oder weniger. Ich muss voll viel nachladen, Digga. Ah, ich kann voll... Fell schießen. Oh, nein, Kettensägen-Typ. Hey, ich komme. Ich probiere alles. Geh rein, du Bastard. Der kommt ums Eck. Wer ist er denn? Das ist der Chance von mir. Ah! Junge, mich fackt ab, dass ich keinen Crosshair habe. Ich finde das auch echt extrem nackig. Was war das für eine Easy-Runde? Okay, ich finde die Waffe nicht toll. Ich glaube, ich verkaufe die wieder. Was soll ich das überhaupt machen? Und wo steht denn, ob das eine Hauptwaffe ist? Digga, ich dachte gerade. Oder eine Nebenwaffe. Das siehst du denn eigentlich? Also je nachdem, wie groß die Waffe ist oder so. Ja, alles an Pistolen sind sekundär. Wollen wir nach oben? Du bist Revolverheld, also dass du eine Secondary hast, ist schon relativ normal. Du hast nur Secondary. Du kannst auch von den anderen, äh, sozusagen, muss kaufen. Nein, nein, ich habe jetzt zwei, ich habe, primär ist, wenn ich zwei so Dual-Bombes habe. Achso. Wollen wir wieder in die Ecke, Digga? Das war ja voll angenehm. Hältet. Hilfe, 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 Jungs! Okay, Leute, ist auch keine Leut. Hey, die haben sich gegeneinander gelaufen. Ich glaube, wir sollten hier raus, oder? Timo ist doch hier. Junge, bei welcher U-Bahn bin ich gelandet? Ja, ich musste gerade flüchten. Die wurden von hinten hier runtergeschubst. Jungs, 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 Jungs. Ich komme bei Benner, ich komme bei Benner. Achso, ich wollte gerade zu, ich komme von irgendwo oben oder so. Ja, wir können hier auch zu zweit chillen. Ach, hinter mir, Jogi, was wollen die? Ich finde den Typ blöd, ich muss die ganze Zeit nachladen. Oh mein Gott, ich finde die Rewonverheld sind auch nicht gut, der wäre wirklich ehrlich. Ja, finde ich auch nicht gut. Ich muss die ganze Zeit Munition kaufen. Ich muss nicht gleich mit den anderen, Alter. Ja, ich... Was bist du noch mit der... Oh, die ist ein Pistole unterwegs? Oh, das sind die Schlimmsten. Das ist der Schlimmste. Der ist tot. Und jetzt verpiss dich! Jetzt verpiss dich. Ich finde die alle kacke, die Waffen. Ich weiß meinen Kit gar nicht. Weiß, weiter, Schaden? Okay, rein da, ich probiere jetzt einfach. Wird schon schief gehen. Schau, warum kommt mir das gerade so easy vor? Weil ich dabei bin. Wie geht es der Gruppe? Also, dann gibt es noch drei Stück, die würde ich finden. Bro, ich brauche einen Crosshair, ich kriege einen Krampf. Oh, nee, nicht schon wieder er. Ja, guter Start. Jetzt beende den Auftrag. Allee. Da doppelt Strom und fick dich. Hopp! Es kracht, der kommt hier gleich. Achtung. Ah! Junge, er hat mich runtergeschubst. Jo, was ist denn hier für ein Rombazamba? Hey, 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 hey. Es kracht, Jungs, es kracht. Es kracht gewaltig. Ich muss nachladen. Dieses Game macht mich echt verrückt. Oh, nein. Da hat man keinen Ding mal noch im Arsch. Und ein Doppelbesiebler. Da hinten ist der. Ach, Digga, was für Zielwasser getrunken? Er tiltet mich einfach, weil ich nicht aimen kann. Ja, Benebo, geht's hier hoch. Ich hab keine Ahnung, Bro. Du musst hier mal ein Schild kaufen, Bro. Ja, Bro, das hab ich grad alles verloren. Ich hatte noch 80 oder so. Anfang der Runde. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Es gibt noch mehr Schnee im Lauf. Nein, du bist direkt bei uns. Die Waffe hat mir besser gefallen, denkt Schnell. So, jetzt hab ich gut... Digga, wie dumm man hier rumwirbeln kann mit der Scheiße. Sieht ihr das? Ne. Schade. Sohn. Der Sohn? Aber wo? Oh, nee, dergeil. Was denn das? Eigentlich, die mal da waren wir doch vorhin bestimmt. Ach, Moment. Waren wir hier? Au, aber Falschaden. Ne, waren wir nicht. Ach, es geht echt nicht falsch an. Doch, doch. Jungs, haltet mal da. Ich halte komplett hinter uns alleine. Alter, hab ich die gesplasht, Jungs. Hinter uns uns nicht, Bro, Alex? Hinter uns hab ich. Äh, was? Ach, ja, keine Ahnung. Bist du Alex? Hallo, der ist gut. Juggi, ich brauch wieder 10 Jahre zum, äh, Nachladen, der Affe. Äh, Jungs, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da kommt noch was Großes, glaub ich. Ja, ja, noch so ein großer. Ja, auch schon ein Ding. Ach, ach, oh, ach. Oh, i, m, ah, ah. Ach, Digga, dass ich immer nachladen muss. Achso, das letzte, letzte Kampf? War das letzte Kampf? Bossfight. Lass mal hier weg, bitte. Beim Bossfight fahre ich das gar nicht hier. Der hat dann hochgebugt, okay, wild. Ja, weil, gerade bist du zurückgebugt. So, mal gucken, welcher es ist. Es gibt einen ganz schlimm, gegen den man einfach niemals klarkommt. Keine Ahnung, warum. Der ist es. Ah, da liegt noch was. Ja, gut, wir haben den zu dritt und zu zweit gespielt. Ja, der war easy. Oh mein Gott, Junge, es sind. Das ist jetzt am Anfang gespielt. Dr. Hans, Folter. Hans, geilster Flammenwerfer. Das ist Urgott-Sinsch. Das ist wirklich Sinch, bei euch. Das ist insane. Wo ist der Mann, wo ist der Mann? Komm los, von uns, du Witz. Er ist die Erbarung, da, wo wir eben waren, oder? Also bei mir hier. Hey, der hüpft. Ja, Mann. Kann ich durch euch schießen? Ähm, so. Kann ich die Tür schließen hinter uns? Da will ich eigentlich gar nicht, oder? Jetzt hab ich es nicht vor. Ich hab mich mies verdrückt. Ey, ey, Dings, stirbt gleich. Ich hab voll den Bug, Alter. Ich kann meinen Hut nicht sehen. Wo ist der Mann? Ihr kleines Schwein? Ach, da ist er. Junge, dass ich die ganze Zeit nachladen muss. Ich verdrug gleich. Oh, ich wurde vergiftet, Junge. Sinch war alles grüßen. Ey, fiss dich. Ich hab keine Rüstung mehr. Krieg ich die irgendwo her? Ne. Was verfolgt habe ich denn immer noch, Hans Zimmer? Ja, renn nicht weg von uns. Ich dachte, ich dachte, sonst kann ich so weg von ihm. I don't know. Der Typ mit Alex kuschelt. Hast du ihn gekuschelt? Ey, ich bin fast tot, übrigens. Hab sieben mal P aus irgendwelchen Gründen. Ah, sogar zurückgepackt. Hans! Er ist gleich tot, er ist gleich tot, er ist gleich jeden Moment tot. Hans hat mich gerade abgeaimt, Alter. Ich war hier, da wo Summit ganz steht, stand ich. Nice. Der hat einen Trupp, hat überlebt. Danke, Digga. Ich nicht. Nicht? Du hast tot? Ja. Katakomben, Reiner. Katakomben. Katakomben. Wenn ich nehm Kommando, wird schon passen, oder? Warte. Blend Granate, kann ich damit euch auch blenden? Nein, kannst du nicht. Schade. Nehme ich den nicht. Wo sind wir denn, Digga? Was ist mit einer Mine? Ihr seid hier um die 6,5 kmh. Oh, Digga, fickt euch. Hey, wir sind jetzt auf einmal Lebensbalken. Das ist dein, das ist dein Vorteil. Oha. Nein, Pöck. Wieso zur Helle? Ach nee, Digga, ich hab ne Salve. Ey! Ich hab mir selber verbrannt. Digga, hinter mir ist was. Was ist denn los? Ich definiere was. Jungs, wir sind bei mir eigentlich 70 Leute. Tja, ich guck mal, dass du willst. Der Postinator gewinnt Runde 1. Ach, ihr seid alle da hinten? Hm, loll. Oh, Mulm. Wo sind wir jetzt in zwei? Hast du? Bei uns. Hier hab kein Ruhrhaut passiert. Die Lebensbalken könnten ruhiger, wenn größer sein, Alter. Wie haben wir denn jetzt da gefunden, Matt? Ey, klaut mir meine Filz, Alter. Ich cover hinter uns, da kommt was mit großen Händen. Der da oben, ne? Hinter die Bände. Oh, Aua, ich bin voll reingerannt. Ich bin da rein, der Mensch. Digga, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Wenn ihr nicht die letzten Sets, dann kann ich die Händlerkapsel für euch öffnen. Mit dem Chat? Wie komm ich denn in den Chat rein? Was? Ich war immer im Chat drin, Digga. Oh mein Gott, was hab ich denn für einen geilen Spot gefunden? Ja, eine von euch hat der gleiche, eventuell. Ja, nee, ich hab keinen Bock. Oh mein Gott, Jogi, ich wurde gerade gejumpscared. Digga, wer ist er hier? Er leuchtet. Digga, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin dorstack. Ich bin dorstack. Jungs, ich brauch ganz dringend Hilfe. Ich hab auch keine Ahnung, wo ihr seid. Achtung, Sirene. Digga, das ist doch viel zu leicht. Viel zu leicht? Ich bin voll am strugglen, Junge. Mir leuchtet irgend so ein LED-Mann hinterher. Er schießt mit Raketen. Feuerball, Junge. Oh. Aua. Wo ist er? Achtung, ich muss nachladen. Mann, ich möchte doch nur den Stoner. Digga, ich möchte die Stoner haben. Ich spare jetzt auch die Stoner. Zoner, wir müssen zu der Zone. Du kennst mich, nicht wahr? Wenn nicht so ein Kuh. Sorry. Digga, lad doch schneller nach, du Loser. Wir sind hier im Kampf. Hey, wieso sind wir alle ineinander? Keine Ahnung, warum geht's halt immer in mein... Oh, Jungs, was ist denn hier los? Hallo, Jungs, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Jungs, was ist denn hier los? Hier ist kracht. Das kracht gewaltig. Aua. Was ist diese komische Batterie rechts neben meinen Granaten? Alter, schlampi. Wie benutzt man die? F. Oh mein Gott, Waffe verkaufen. Jetzt gib mir den Stoner. Jetzt kaufe ich mir den Stoner, weil ich ein richtiger Stoner bin. Hat jemand Geld für mich? Ich hab gerade alles ausgegeben. Du hast noch 200 Euro schlug. Nein, hä? Achso, ja, es hat gerade der gelegt. Jungs! Hier liegt Rüstung. Hier liegt Rüstung. Hier liegt schon wieder. Hä? Digga, ich mach doch nichts. Hier liegt Rüstung. Digga, Timo, wo müssen wir, wenn wir dich brauchen? Ich möchte Granaten. Äh, Waffen. Äh, Bomben. Äh, Munition. Irgendwie geht das nicht. Traurig. Mal gucken, was ich hier kann. Oh, das gefällt mir. Oh, ich muss da leider auch 10 Jahre nachladen. Digga, what the fuck? Okay, du bist da oben. Perfekt. Ich hab hier oben alles. Ich mach mal. Die Tür zu. Diese Waffe ist zu schwer. Und das ist nur die Vorspeise. Hier ist ein Leuchten da. Mit Leuchtearmen. Achso, ja, der ist uncool. Ich komm zu dir. Äh, Bene? Junge, ich bin stuck! Ja, da sollst du mal langsam weg. Ich bin doch stuck. Ich konnte nicht weg. Was schreist denn dein Char so? Muss kurz nachladen. Chillen kurz. Ja, alles gut. Chillen wäre nämlich. Ja, alles gut. Hinter mir. Auf lock. Ich bin stuck. 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 Kann ich die verkaufen? Ja, für 100. Ich hab keine Munition mehr. Ride Games. Okay, das ist ganz gut, dass ich eine Sekundärwaffe habe. Ist irgendwie zu einfach, Digga. Du kannst auch schwer spielen. Ja. Das ist zu schwer dann wahrscheinlich. Kann einer von euch mitwursten. Ich schieße in seinen Sack rein. Junge, warum will er mich? Juggi, ich hatte gerade null Cash. Jetzt habe ich einen Taui. Äh, Jungs, Chainsaw Man. Glatt kurz nach. Leider sind wir auch drei Leute. Der gehört mir. Äh, ich bin tot. Aua. Ey, Jungs, ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Ride Games. Aua. Fallschaden. Ich kam nicht raus. Ich war in der Ecke von dem Chainsaw Man. Ich hab ihn gestopft. Ich hab ihn auf mich. Wer bist du überhaupt, du komischer? War ich. Hilfe, 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 Hilfe. Nachladen. Man. Ich hab ne Armbrust, ist die gut? Meine Armbrust. Doris Stark. Ist die teuer? Ist die gut? Bosti hat deine Ausgleichungkeit erhalten, nicht wahr? Sie wollen schon? Nach Stats. Nee, nach Stats des Games kannst du dann selbst kommen. Aber ich bin nicht. Hey, wer ist die denn? Das ist ne Sirene. Die werde ich jetzt einfach mit der Hand nehmen. Und das war der Letzte. Die Halle wird hier. Wie, ich eigentlich. Meine Panzerung fällt aufeinander. Die Fresse. Welle kommt. Ah, das ist die Letzte schon. Ah, der hätte ich mir noch Sachen kaufen können, actually. Das ist die letzte Welle vor dem Boss. Achso. Alternatives Feuer ist auf die Mitte. Was auch. Geht du bis links von mir? Passt eigentlich mehr auf den Bereich auf? Ja, ich, aber... Ah! Alright, Games. Äh, Change, 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 change. Ja, ist gut, muss nachladen. Ist es der hier, der so rumhüpft wie so'n blöder? Ja. Das ist der Meisterpakt. Hinter uns. Dorstark. Und ich sterbe. Warte, ich wollte die Tür zu machen, geht nicht. Hey, wieso darfst du die Tür zu machen? Weil ich eh drücken kann. Ja, bei mir ging es nicht eben. Und letztes bei mir. Ich hab einmal... Ah, dergärchen. Jetzt alles Geld ausgeben. Wird mir helfen. Gar nicht. Ich kann upgraden. Das mach ich jetzt. Wie boh, Romero, bist du? Hier. Okay, 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 danke. Okay, jetzt wird's spannend. Und da liegt noch Stuff. Oh, eine Schlange? Eine Schlange. Wer ist das denn? Hatten wir noch nicht, oder? Den hatten wir auch schon, ja. Digga, Patrick! Der Patrick, der Schad. Das ist Kevin Claymore. Das war der, der sich ein kann. Achso, der geht unsichtbar und kann sich heilen. Heißt, du musst ganz hinten da herren. Wie ein Huhn und so. Digga, hinter uns. Aua. Wie viel Schaden wir machen. Digga, ich mach ihm so viel Schaden. Okay, wir sind irgendwie doorstuck. Hey, Digga, der ist gleich tot. Hä? Ja, Digga, mit meiner Waffe, Digga, der ist gleich weg. Ich hab auch jetzt eine ganz teure Waffe. Ich, ich wässer den, ich wässer den, ich wässer den. Verklopp den, verklopp den. Er ist tot. Hä? Ja, Junge. Ja, Bro, aber das war auch nicht seine Map, ne? In der Theorie geht er unsichtbar und geht ganz schnell, ganz verdeckt. Also, der Breed war auch groß, Alter, dass der überhaupt durch ein Tor gepasst hat. Lol, third person bin ich auf einmal, hä? Ja, Mann. Ey, wie hässlich bin ich? Wieso sagt ihr das nicht? Haha. Haben wir alle noch genug Munition? Nein. Nein. Vielen Dank.